Was ist eine Anrechnungszeit? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Anrechnungszeiten sind beitragsfreie Zeiten. Für diese Zeiträume werden für den Versicherten keine Beiträge zur Rentenkasse geleistet. Als Grund für Anrechnungszeiten kann eine Unterbrechung einer beitragspflichtigen Tätigkeit wegen Arbeitsunfähigkeit, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder Reha-Maßnahmen, Mutterschutz, Schwangerschaft und die Teilnahme an einer Schulausbildung nach dem 17. Lebensjahr gelten und eine Rentenbezugszeit wegen einer Erwerbsminderungsrente. Die Anrechnungszeiten wirken sich in der Regel positiv auf die Rentenhöhe aus. Sie schließen Lücken im Versicherungsverlauf und sie gelten, das ist ganz wichtig, als Wartezeiten für die Altersrente für langjährig Versicherte, Stichwort 35 Jahre Wartezeit. Wann eine Rentenbezugszeit wegen einer Erwerbsminderungsrente mit gleichzeitiger Zurechnungszeit als Anrechnungszeit gelten kann, erläutern wir Ihnen in einem anderen Video. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.